Das Antenne Salzburg EM-Orakel. Der Euro-Pudel. Pudelt in Nehedorf. Heute Spanien gegen Kroatien. Sehr spannend. Das sind bei uns Nachos. Vorfragen. Und das Cevapcici, bitte schau. Das? Ja. Und schau mal, was das schmeckt. Oder? Oder? Na, Pippa. Schau, wer gewinnt? Wer gewinnt? Schau. Spanien, Spanien oder die Cevapcici? Na, Pippa. Nein, ich hab das jetzt nicht. Pippa, nicht spielen jetzt. Nachher spielen wir. Essen. Mh, Mh, Mh. Wie er macht die Nachos oder die Cevapcici? Mh, Mh, Mh. Ich hab wie gesagt, was passt denn das? Ich muss jetzt fähren. Das ist leider nur hin und auch geben. Das Ganze. Ist man schon angetippt? Ich glaube, das gilt. Gilt es oder nicht? Unentschieden.